Wir haben hier ein bisschen was von Cyperlead abgeguckt. Geh doch runter, Jura. Sie kommen in unsere Richtung. Sie ziehen sich zurück, dranbleiben! Ab hier! Leute! Sie gehen aus der Denkung! Sie fallen zurück! Scheiße! Scheiße! Das ist eine Falle! Wir wurden gesiegtet! Na los! Na los! Artillerie! Das ist eine Falle! Die Begele! Die Begele! Ah! Denk ich hier los! Ich bin hier los! Ich bin hier los! Ich bin hier los! Ich bin hier los! Steh auf, Red. Ich kenn dich besser als sonst jemand, daher weiß ich, dass du noch Kraft hast. Du kannst nicht aufgeben. Nicht jetzt, oder überhaupt. Paul? Die Deutschen sind gleich hier. Zeig mir, was du drauf hast und steh auf. Ich fürchte, ich schaffe es nicht. Musst du aber, Red. Hazel braucht dich und dein Kind auch. Jetzt steh auf. Okay. Ganz genau. Du warst nie jemand, der aufgibt. Ich glaub an dich, kleiner Bruder. Paul. Wir sehen uns daheim, kleiner Bruder. Ich muss den Sammelpunkt finden. Servus. Oh, mein Gott. Oh, scheiße! Was ist das? Ich muss den Sammelpunkt finden. Oh, mein Gott. Oh, scheiße! Komm. Ist da jemand? Niemand Nein, natürlich gleich zu zweit Voll daneben Voll daneben geschossen Nein Nein Ja, geil Ja, geil Ja, geil Ja, geil Die könnten ich doch gar nicht sehen Ja, geil 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 Wo war die Waffe jetzt? Verstanden, Sir. Öffnen Sie die Tür. Ich gebe Deckung. Sieht so runtergekommen aus, um Schutz zu bieten. Wurde vermutlich aufgegeben. Ob Sie wohl zurückkommen? Hoffentlich nicht in naher Zukunft. Und keine war mit da. Nein, Sir. Ich hoffe, unsere Jungs haben Schutz vor der Artillerie gefunden. Wir werden ihnen helfen. Keine Sorge. Da ist der Fluss. Wir müssen ihm nur zum Sammelpunkt folgen. Und dann diese Kanonen zum Schweigen bringen. Wir müssen ihn rauslocken. Unten bleiben. Wir müssen sie. Mhm. Sniper-Lead lässt grüßen. Er hat einen von uns. Flanken überprüfen. Vielleicht können wir ihn erreichen. Hilfe! Ich kann mich nicht bewegen! Wir ziehen sie rein. Durchhalten. Wir schnappen ihn uns. Wir müssen uns beeilen. Er hat einen von uns. Flanken überprüfen. Vielleicht können wir ihn erreichen. Oh, Alter. Ich kann mich nicht bewegen. Wir ziehen sie rein. Durchhalten. Wir schnappen ihn. Wir schnappen ihn uns. Wir müssen uns beeilen. Ich kann mich nicht bewegen. Zwei Schüsse und wir sind weg, ey. Er hat einen von uns. Flanken überprüfen. Vielleicht können wir ihn erreichen. Hilfe! Ich kann mich nicht bewegen. Bitte hilf mir. Ich kann mich nicht bewegen. Wir ziehen sie rein. Durchhalten. Wir schnappen ihn uns. Wir müssen uns beeilen. Ey. Du kannst es ... Ich kann mich ... Ich nef first hippz.